Hallo und ganz herzlich Willkommen zu dem ersten Adventskalender Türchen mit mir natürlich. Diese Videos werden jetzt nicht so lang sein und es werden so vielleicht so 2-3 Minuten Videos, wenn es hinkommt. Weil erstmal tut mir leid für meine Stimme, ich bin ein bisschen erkältet. Ich mache einfach nur diese Türchen auf und heute habe ich es halt einfach in der Eile schon heute Morgen gemacht. Aber ich kann es gerne nochmal mit euch machen. Also es ist offen. Aber ja, ich habe nämlich so einen geilen Keller, den hat nämlich den, also Felix von der Lahn hat den auch. Der ist so cool. Du kannst dir, den hat er von Kati geschenkt bekommen, du kannst dir jeden Tag bekommst du so einen Teil. Und dann baut man das so zusammen und dann kannst du dir einfach so einen Hauptschrauber zusammen machen. Finde ich eigentlich eine recht geile Idee. Also ich muss gucken, ob ich das hinkriege, weil das ist jetzt Feinfingerding, das ist jetzt nicht so mein Target. Aber ich hoffe, das passt und dann nehmen wir den erstmal vor uns und öffnen diesen super tollen Ding. Ich habe hier natürlich jetzt schon aufgemacht, habe ich einfach gesagt. Und da steht auch, wann alles drin ist. Das ist jetzt nicht so geil. So, dieses Teil ist jetzt weg. Dann sehe ich nicht immer, wann alles dran kommt. Und das Ding habe ich ja jetzt schon aufgemacht. Oh Gott, das ist so riesig. Dieses Teil habe ich jetzt ja schon aufgemacht. Aber ein Stück. Ich tue es jetzt lieber nicht aus, dann spricht es noch ab. Weil ich bin nicht so der Künstler da drin. Und da hängt vor allem ein Cäsar aus. Also das war jetzt schon mal auf. Aber mo- Ich erinnere dich. Geschenk. Danke Alexa. Dann werde ich dies natürlich jetzt zatt gleich nach diesem Video machen. Okay. Jetzt kommt gleich noch dreimal noch dieses Ich erinnere dich. Ich erinnere dich. Digger war's, Digger war's, Digger war's, Digger war's, Digger war's. Das war's, aber morgen werde ich auf jeden Fall die zwei, die ist nämlich hier oben. Da weiß ich noch nicht, was soll ich. Ich habe nicht richtig drauf geguckt. Ich weiß nur, dass bei vier etwas rauskommt. Nö. Das zeige ich euch jetzt natürlich nicht. Sonst steht die ganze Spannung vorbei. Also vielleicht, ihr könnt da auch irgendwie das raus... Auf Pause drücken. Ich halte meine Ohren. So. Ähm. Dieses Teil war jetzt so. Und ich habe ja im letzten Video gesagt. Übrigens, Torben ist tot. Da war's so warm, ey. Der ist jetzt einfach verringert. Und dann war da nur noch die Korre. Aber, äh, ich habe gerade noch ein paar Fotos gemacht. Könnt ihr auch gerne mal bei meinem Instagram vorbeischauen. Steht hier jetzt auch mein Name irgendwo. Ähm. Habe ich ein paar sexy Fotos auf meinem Balkon gemacht, weil der Himmel mega nice aussah. Mit dem verschneiten Gerens. Und dann gehen wir jetzt zu dem Favorite Teil. Top Command! Woohoo! Let's go! Hier auf den sexy Safari. Und dann geben wir erst mal Google ein. Da. Kommt schon. Ich bin wieder am falschen Wähler drin. Yep. Okay. Jetzt sind wir auf Google. Und dann können wir jetzt erst mal live... Aber können auch erstmal den Live-Subscribe-Account haben. Falls da was drauf ist, werde ich das jetzt einblenden. Weiß dann was... Wir können auch mal hier gucken. Felix for you. Schauen wir mal. Also hier steht, ich hätte 10 Cent Umsatz gemacht. Rich man würde ich sagen dazu nur. Rich. Man. Und im ganzen... Oh ja, das sind noch meine Euro vom ganzen Jahr. Hey, die sind... Ich bin jetzt so rich. Hammer. Ich habe zwar immer noch 122 Subscriber. Also wenn du noch nicht abonniert hast, dann abonniere jetzt gerne. Entweder am Ende des Videos oder einfach unter dem Video auf Subscribe oder Abonnieren. Und mach auch gleich die Glocke an. Dann bemerkst du immer, wann ich ein neues Video gepostet habe. Denn ich versuche ja jetzt den Adventskalender durchzuziehen. Ich bin auf Subscriber-Rack 7.384.774. Und mein Video ist noch weiter unten. Famous. Man. Yeah. Woo. Okay. Und ich habe 6000... Oh. Wir haben bald die 7000 Video-Views. Also total great. Ich habe eine C. Was heißt denn das? Und da ist auch Torben direkt. Easy. Okay, ja. Dann gehen wir jetzt erstmal hier auf YouTube. Da kann man direkt mal antworten. Ich schneide zur Zeit mit Final Cut. Aber falls hier alle rumflamen. Es kostet doch 300 Euro. Das ist eine Broken-Version aus dem Internet. Also hättet mich dafür. Aber iMovie ist die ganze Zeit abgestürzt. Und jetzt sonst könnte ich keine Videos mehr hochladen. Yeah. Die ganzen Kommentare vom letzten Video. Und die drücke ich jetzt erstmal aus. Let's go. Hier sind nun die Kommentare vom letzten Video. Ich werde diese alle an meinen Schrank kleben. Diese ganzen Kommentare sind nun an meiner Wand. Ich hoffe, es ist okay. Ich werde die jetzt alle der Reihe nach da aufhängen. So, die Timelapse ist gerade abgebrochen. Aber das habe ich gerade im ersten Schnitt gemerkt. Hinter mir sind jetzt schon die ganzen Kommentare. An der Wand. Und so sieht das bisher aus. Also wenn du auch da an die Wand kommen würdest. Oh, es ist unscharf. Bei schlechtem Licht ist die Kamera nicht so geil. Aber wenn du da auch dran kommen würdest, dann schreib einfach unter dieses Video in den Kommentar. Und dann sehen wir uns bei einem anderen Video wieder. Bis dahin. Tschau. Swag.